So, kleines Video, Fide, Fide läuft ja gerade hinten, was wieder individuelles Training. Weiß ich nicht, kann ich gar nicht sehen, wer da hinten ist. Wo ist Fide denn da? Kannst du den sehen? Kevin, wer ist da bei Fide da hinten? Wer ist da nicht? Wer ist das? Ist das Hollerbach oder was? Nehmen Fide? Ist das Hollerbach? Ne, ne, das ist der Kleiner, der Steffen Rau. Ach der Steffen Rau, ja, der ist auch ein guter Trainer. Kenn ich leider nicht, aber... Oder ist das der Darmtrainer? Ne, ne? Der Darmtrainer? So, warum, ne, also... Jetzt wollen nicht alle schlechtreden hier, ne, also davon nicht. Hier wollen wir mal sehen, was die Jungs machen. Positionsführer, kleine Tore, hier sehe ich das. Ja, gut, noch mal sehen, ne. Jetzt ist es wieder ein bisschen unterbrochen. Wie gesagt... In Valaisi, Jungs, die machen nicht so langen Hallers hier. Das ist unser Türke. Von Siane Halli-Viel, der Pechvogel. Ja. Also wenn ich mir das so angucke, wird wohl, dass ich nehm an Zement angerührt werden. In Valaisi. So ist es. So ist es. So, so. So lange Pausen haben wir rein hier. Ja, ja. So ist es hier. So will ich das hier sehen. Der Bein muss ins Viert. Ja, wunderbar. Das ist hier hinten raus. So wollen wir das sehen. Der Hände, der war nicht gepikt. Ja, los, langes Ding jetzt. Ja, so ist er. Und jetzt rein, das Ding. In der Kiste. Ja, wunderbar. So viel Neues ist das ja auch nicht, wenn du hier wieder trainierst. Für die Jungs ist das natürlich nicht so einfach. Neuer Trainer, neue Laufwege. Ich fahre Erb. Ich tue die Daumen für Leipzig. Wollen wir sehen, was da läuft. Also wenn sie doch mal einen Punkt mitbringen, bin ich sehr zufrieden. Aber das wird eine schwere Kiste in der HSV. Schönen Abend wünsche ich noch. Tschüssi. Tschüss.